Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht los mit den Raidguides-Horren. Heute Katzsara, die höllengeschmiedete, auf normal HC. Ihr seht hier Material von unseren HC-Kills erstmal. Ansonsten, ich wechsle das immer ab, aber ein bisschen bei den Bossen ändert sich so wenig, von daher können wir auch das HC-Material nehmen. Erste Fähigkeit sind diese Schreckensrisse. Drei Spieler, je nach Raidgröße, werden damit belegt. Wir legen die nicht irgendwo am Rand ab, sondern immer in einer Reihe hinter dem Boss, wie ihr es hier seht. Das sind diese lila leuchtenden Zonen. Einfach, dass man so besser drankommt und alle weiteren, die kommen, legen wir so ein bisschen links daneben ab. Muss nicht in einer Reihe sein, aber so ungefähr. Schwingen der Ausrottung habt ihr eben schon gesehen, die Fähigkeit. Die ist relativ... knockt euch einfach zurück. Dieser Höllenstrahl, das seht ihr jetzt, da einfach nicht drinstehen, ist ein riesengroßer Breath, dem ihr ausweichen solltet. Ansonsten seid ihr auf HC ziemlich tot. Auf normal kann man ein paar Ticks überleben. Und diese Fähigkeiten wechseln sich eigentlich die ganze Zeit ab. Jetzt haben wir wieder diese Risse. Schwingen der Ausrottung macht halt ein bisschen Schaden. Ihr werdet zurück genockt. Passt da am besten auf, dass ihr nicht neben diesen runden Flächen steht. Sonst könnte das ein bisschen Ärger machen. Höllenstahlgemetzel. Auch ziemlich einfach. Einfach nicht in den Swirlies stehen, die dadurch kommen. Also letzten Endes steht einfach in keinen Flächen hier drin, die der Boss so ausspuckt. Wichtig für HC ist dann jetzt noch diese Fähigkeit. Und das sind jetzt hier diese Laser... Höllenstrahl ist... Ne, nicht Höllenstrahl. Strahlen der Pine heißt das Ganze. Die Spieler, die davon markiert werden, auf HC müssen sie in diese normalen lila Kreise legen, die am Anfang immer spawnen oder die jetzt gerade spawnen, diese Rifts. Denn auf HC gehen die Strahlen nicht weg. Sie werden immer schneller, machen mehr Schaden, je länger ihr unterwegs seid. Auf normal habt ihr einen Debuff, der hält sechs, sieben, acht Sekunden so in dem Dreh. In der Zeit dürft ihr euch einfach nicht treffen lassen von der ganzen Geschichte. Also da spielen die Flächen, die da jetzt rechts neben mir liegen, gar keine Rolle. Wenn ihr auf HC von dieser Suppe betroffen seid, lauft ihr einfach durch so einen dieser lila-orange Kringel und dann verschwinden die Strahlen. Die Flächen wandeln sich so ein bisschen in eine andere Bodenfläche. Die sind permanent, die gehen übrigens nicht weg. Und ihr seid dann aber safe. Viel mehr passiert an dieser Stelle tatsächlich auch gar nicht. Ähm, die Heiler einfach ein bisschen aufpassen mit dem Höllenstrahl-Gemetzel. Da kommt teilweise ein ganz gut Schaden rein bei 80, 60, 40 Prozent Gesundheit des Bosses. Den riesengroßen Beam-Höllenstrahl gibt's auch ein bisschen Magie-Schaden für den gesamten Raid. Hier hatte ich jetzt so einen Strahl der Pein. Ich hab's verkackt damit zu laufen. Da habt ihr das auch mal gesehen. Und für Tanks noch interessant, der Boss Casted Terror-Clown, was auf dem aktiven Target physischen und magischen Schaden macht, sodass ihr dafür Def-CDs benutzen solltet, nach jedem Tank-Swap einfach abspottet und fertig ist die Geschichte. Der Vorteil, wenn ihr die Risse immer so ein bisschen um den Boss rundherum ablegt, ist, dass ihr den Boss einfach nicht wirklich bewegen müsst und da weitermachen könnt, wo er gerade eigentlich steht. Macht's für die Tanks ein bisschen einfacher. Die Milis müssen auch nicht durch die Wallachai laufen. Und der Raid läuft einfach im Uhrzeigersinn mit. Viel mehr ist es nicht. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Nachmachen. Damit danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Habt eine gute Zeit und reingehauen. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.